Hallo bei Learning Level Up, unser Thema ist die Translation, als zweiter Teilschritt der Protein-Biosynthese. Nun beginnt der zweite Teilprozess, die Translation. Im Verlauf der Translation, die in den Ribosomen stattfindet, wird die Basensequenz der mRNA durch die tRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Dieser Prozess der Translation läuft in mehreren Teilschritten ab. Der mRNA-Strang, die aus einer langen Kette von Basen besteht, lagert sich an das Ribosom, das aus einer Ober- und einer Untereinheit aufgebaut ist, mit dem 5-Strich-Ende an. Drei aufeinanderfolgende Basen eines Strangs bilden ein Basentrieblett, ein sogenanntes Kodon und kodieren immer für eine spezielle Aminosäure. Man unterscheidet zwischen dem Startkodon, normalen Kodons und dem Stoppkodons. Die Translation beginnt immer am Startkodon AUG, also dem Basentrieblett bestehend aus Adenin, Urazil und Guanin und endet an einem der drei Stoppkodons UGA, UAA oder UAG. Als normale Kodons werden alle Basentrieblett bezeichnet, die weder Start- noch Stoppkodon sind und jeweils eine bestimmte Aminosäure kodieren. Auch das Startkodon AUG kodiert eine Aminosäure, anders als die drei Stoppkodons, die nur für die Beendigung der Translation zuständig sind. Für die nächsten Teilschritte ist die tRNA im Zytoplasma von Bedeutung. In der schleifenartig zum Teil doppelsträngig aufgebauten tRNA befinden sich zwei wichtige Stellen für die Protein-Biosynthese. Die erste Stelle liegt am Dreistrichende. Hier befindet sich das Basentrieblett ACC, an das die zu transportierende enzymatisch aktivierte Aminosäure gebunden wird. Jede tRNA kann nur eine bestimmte Aminosäure im Zytoplasma binden. Die zweite Stelle ist eine spezifische Gruppe von drei Basen, die Sie mit einem komplementären Kodon der mRNA verbinden können. Das Triebleib der tRNA wird deshalb auch Antikodon genannt. tRNA-Moleküle werden vom 3' zum 5' Ende gelesen. Die tRNA hat somit die Aufgabe, die einzelnen Aminosäuren zum Ribosom zu transportieren und diese dann mit der richtigen Aminosäure zu verbinden, sodass durch Peptidbindungen Polypeptidketten entstehen. Passt also das Antikodon zum entsprechenden Basenkodon der mRNA, so kann sich die tRNA dort anlagern und die herantransportierte Aminosäure wird an das entstehende Protein angeknüpft. Um die komplementäre Basenpaarung zwischen mRNA und tRNA zu ermöglichen, hat die große Untereinheit des Ribosoms drei Anhaftungsstellen für die tRNA, eine E, eine P und eine A-Stelle. Erreicht die tRNA nun das Startbodon, beginnt sie mit der Translation, indem die tRNA mit der passenden Aminosäure sich mit den Gegenbasen am Startbodon der mRNA verbindet. Nun bewegt sich das Ribosom ein Kodon weiter, sodass das Startkodon sich nun auf der zweiten Stelle befindet. Das sich auf der ersten Stelle befindende Kodon, der mRNA, wird wiederum mit einer tRNA, also mit der dazugehörigen Aminosäure verbunden. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis das Ribosom ein Stoppkodon, also UAA, UAG oder UGA erreicht. Diese müssen sich aber nicht am Ende der mRNA befinden. Für Stoppkodons gibt es keine passenden tRNAs, sodass sich die entstandene Peptidkette daraufhin ablöst. Ist die Translation beendet, lösen sich Ribosom, Protein und tRNA von der mRNA und das Ribosom zerfällt in seine Einzelteile. Wenn sich mindestens 20 Aminosäuren verbunden haben, ist die Proteinbiosynthese beendet. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die Proteinbiosynthese als wichtigster Schritt bei der Realisierung der Erbinformation findet in zwei Teilprozessen statt, der Transkription und der Translation. Im Verlauf der Translation, die in den Ribosomen stattfindet, wird die Basensequenz der mRNA durch die tRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!